Musik Hey, was geht Leute? Willkommen nach, joa, doch schon einer Weile mal Endlich der zweiten Folge Bash The Noob So, heute habe ich mal was besonderes vorbereitet Es ist eigentlich gar nicht so etwas, wo man sagen kann Okay, der eine kann es, der andere kann es nicht Oder vielleicht kann es der eine oder andere doch Aber dann ist er ein verdammt kranker Typ Und zwar, ich habe mir ein sogenanntes Ich weiß gar nicht, ob man es so nennt Rage Game rausgesucht Das nennt sich Iris Action Und ist halt ein Jump'n'Run Das darauf getrimmt ist Seinen Spieler total fertig zu machen Also, es ist komplett unfair Ich weiß nicht, der eine oder andere kennt vielleicht Unfair Mario oder Mario Cat Und da ist es eben genau so, dass Das Spiel einfach bockisch schwer ist Und einen total fertig macht Ja, und Genau das werde ich jetzt spielen Ich nehme dazu meinen Tollen Xbox Controller Kein Hate, ne? Ist klar Ähm, und Ja Werd mal sehen Ob ich In dem Game Irgendwie klarkomme Viel Spaß dabei Ich werde keinen haben Zwei Leben Hui Erstmal fühlt sich alles nur normal an Okay, so geht Pause Letztendlich gibt es nur Hüpfen für mich So, wer das lesen will Kann es gerne machen Es ist sowieso nicht Wie Verdammte Scheiße Ich glaube, ich habe das Spiel jetzt schon Okay Erstes Hindernis schnell geschafft Dann schauen wir doch mal Na dann mal los Verdammt Können wir eigentlich rennen? Ja, mit A geht rennen Wupp Da rüber Okay, die Viecher machen wir tot Buh Oh, knapp Die Mies Oh, ne Kack drauf Nein Was ist das für ein Scheiß Viech Ja Hüpft da erstmal rein, Junge Haha Ach, die bleiben da Nein Oh Mann Muss man ja erst warten, bis man oben ist Wir werden auf wenigstens das erste Kacklevel schaffen Ha Okay Oh Können wir das irgendwie nehmen? Ha Jetzt Also fick ich Ah Oh Oh Mann Läuft Läuft Okay Nein Oh fuck ey Ich will mich gleich umbringen Bring mich um Und jetzt sterbe ich nicht mal dran Ach Verdammte Und da Zu behalten So Also vorher hat mich das Ding hier verarscht Ha Ha Ja Safe Point Kann sie betreten Ach krass Ah Warum wird das einem gesagt Scheiße Ich traue mich eigentlich dann nicht die Dinger kaputt zu machen Alter Alter Was Das ist ja nicht ein Kackernst, oder? Nein! Das sah mir ja schon wieder so komisch aus. Ja, habe ich es doch gewusst! So, kriegen wir hin. No! Vertraue dem da nicht. Hi. Ah! Okay. Also er war definitiv nicht nett. Ach, das Ding können wir... Ist das denn ernst? Und jetzt? Ah! Nein! Nein! Ich habe es kaputt gemacht! Was? Ach, weil ich es da reinfallen lassen habe und waren die Kugeln heiß oder was? Tschüss! It's not over! Was? 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 Ja! Oh! Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Basierend Oh Ja Ich hab hier echt ein Level geschafft, Leute So Alter, das ist ja wohl ein schlechter Witz Dass ich das gleich überrissen hab Ja, genau Oh Oh, fuck No, es war so klar Ach, ja, genau Kommt halt mal so ein scheiß Viech raus Warum war das da wohl, Martin? Damit man drauf springt Nein Oh, die Scheiße Oh, knapp Ja Ah ja So, okay Oh Mann Ich trau dem ganzen Scheiß nicht Huh Dieses scheiß Huhn Wo Mann Mann Ey No Wo läuft das, Baby? Ha Was? Doch Ich hasse es Alter Gut Trau dem Ding nicht Trau dem Ding nicht Ist das dein Ernst? Oh Es war so klar Ja Ja Das ist ein schlechter Witz Alter Wieso Das ist doch jetzt Mann Das zählt mal zum greifen Na und dann auch nicht Mich hätte interessieren Ob ich auf die Dinger draufhüpfen kann Jetzt bin ich ja mehr oder weniger Gegengeknallt Wenn man da draufhüpfen kann Dann So Okay Das geht Ah Das Das ist so Kacke Da vorne Ey Mann Ich brauch den früher Nein Scheiß Ding Mann Du Tussi Wenn ich dich da hinten kriege Dann Ihr Aber ein Satz heiße Ohren Oh nein Moment Aber kann man den mitnehmen? Nicht das hier jetzt machen Helfe auf den da hin Ich kann den mitnehmen Boah Irgendwas passiert damit Ja Ich hab die Idee Nein Nein Ich hab so Angst, dass ich Schau mal Ich schau mal Ob ich da jetzt einfach durchgehen kann Passiert was Da passiert was Ja Oh man Was ist das? Oh Nein Oh nein Wie besiegt man den? Alter Alter Nein Warum hat man hier immer nur ein Leben? Ja Was macht er? Oh 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 Nein Nein Was ist das für ein kracker Scheiß Oh Das lief so gut am Anfang Was ist das für ein kracker Scheiß Oh Oh Ich sag mal Das erste geht immer noch ganz gut Aber danach wird schräg Was ist das für ein kracker Scheiß Nein Nein Oh Oh man Ich glaube ich muss stattdessen über die drüber springen Die sind dann immer unten Ich sag's euch Leute Das schaut vielleicht im ersten Moment so einfach aus Aber Nein Das ist die reinste Hölle Da kommt doch Ernsthaft Mann Okay Was Bist du behindert? Nein Ja Ja Oh Oh Alter Alter Nein Nein Ich krieg das noch hin Ich krieg das noch hin Nein Okay 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 Alter Wie viele schießt der da? Okay Jetzt komm Komm Das muss irgendwie so kacke gehen Mann Hä Mann So Wie krieg ich das jetzt hin? Ich hab keine Ahnung wie ich's machen soll Oh Ich kann ja auch zu klein hüpfen Oh Ich glaub Ich hab ne Idee Leute Ich hab ne Idee Okay Das wird jetzt echt schwierig Oh Oh Kaum Drückt mal einmal zu fest Wie soll man denn da die Ruhe befassen? Hör mir mal zu Kroku Wir sind jetzt nicht so die besten Freunde geworden Aber was ist kann doch noch werden? Nein Das ist ja Dark Souls fairer als du Reiß dich zusammen Nein Oh Ich hatte die Hälfte schon So Okay Okay Reiß dich zusammen Martin Ja Penner Bam Leute ich kann's nicht glauben Ich hab diese scheiß Viech geschafft Okay Damit ist die Folge Bash the Doob offiziell beendet Ich hab mich zwar echt gut geschlagen Aber ich hasse das Spiel jetzt schon Ja Auf jeden Fall IWIS Action An sich geiler Titel Weil irgendwas hat es Weil so Man will es unbedingt Und immer wieder Aber ich halt's für heute nicht mehr aus Äh ja Ich hoffe die Folge hat euch gefallen Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Also Leute Macht's gut Bis dann Ciao 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 Ciao